Guten Tag, mein Name ist Hanja Liljensieg, Damen Oberbekleidung im Haus Ahrens. Heute möchte ich Ihnen vorstellen die Firma Ribcoff. Das ist jetzt ein kanadisches Label. In Kanada wird es auch entworfen, genäht und produziert. Die Kleider sowie Bläser, Röcke wie Hose sind höchstens Qualität für Damen mit exklusiven Geschmack. Die wunderbare Stoffqualität verursacht, dass man die Kleider als Kofferware verwenden kann. Einfach ohne Falten rausholen, anziehen. Perfekte Stück für jede Reise. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie bitte vorbei und besuchen uns. Wir finden bestimmt ein passendes Stück für Sie.